METTALMARIO Auf der Wolkenstraße Wobei dafür hatte keiner gestimmt In der Lobby haben Fast alle für zufällig Gestimmt Und ja, da ist eben dann wieder Die Wolkenstraße rausgekommen So, wir sind hier auf dem siebten Platz Das gefällt mir gar nicht Au Jawohl, irgendeiner ist Ich weiß nicht, ob er reingefahren ist Entweder hat mich beschützt Oder einen ins Verderben gestürzt Er hat auf jeden Fall Seinen Job erledigt Mir gefällt diese Platzierung hier überhaupt nicht Dass man hier sagen darf Hey Yoshi Was soll denn das? Bleib schön hinter mir hier Damit es weiß Der schlägt ein Und da auch Ich hatte zu wenig Speed drauf Braucht da mehr Power Yoshi, ich hab gesagt Du sollst hinter mir bleiben Was verstehst du denn daran nicht? Ey, noch ein Metal Mario Schon wieder so ein Nachahmer hier Ach, ich hab nur eine Münze Das ist sehr, sehr schlecht Ein bisschen mehr Speed hier So, komm schon Nein Jetzt bloß nicht vom Blitz erwischen lassen Ach, schade Da ist sowieso nicht einfach durchgekommen Oh, und ich krieg einen Plupa Na, super Und der hat einen goldenen Pilz Ja, das Ja, toll Super Hat der Blitz eingeschlagen Tja Achter Platz Super Auftakt Mal wieder Metal Mario Ich bin enttäuscht Ich bin enttäuscht Gibt das jetzt Minuspunkte? Ja, das gibt Minus 3 Guck dir das an Nächste Runde muss besser Halleluja Das sind ja fast nur Japaner hier drin Kein Wunder Kein Wunder Mit Tots Autobahn geht es weiter So, komm Metal Mario Wir können das nicht auf uns sitzen lassen hier Ach, dazu Minuspunkte Geht ja mal gar nicht Oh, ich hab die Tröte Die Tröte Die Tröte hab ich Münze Muss auch gucken Dass ich unbedingt hier So mal um die 10 Münzen immer habe Das wär nicht schlecht Ja, die sind zu spät aufgetaucht Hier gibt's noch eine Ich behalte mein Trötschen noch ein bisschen Nein Ach Immer die hier mit ihren Bananen Gibt's ja nicht So, komm, 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 komm Dann muss man näher ran hier Was hat denn denn ein Stern Oh, 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 oh Da kommt ein Bullet Bill Oh, 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 oh 8. Und da wird gleich mal alles weggefeuert, was geht. So, komm schon, Metal Mario, hier. Enttäusch mich nicht. Ich denke mal, im nächsten Part werde ich wieder zu meinem Lemmy wechseln. Mal wieder. Darf wieder mein Lämmchen ran. Alles gut schlecht. Ja, das war knapp. Ich bräuchte mal ein Item. Jetzt sind hier schon so viele. Und ich fahr immer wieder dran vorbei. Oh, Pilze. Eli. Oh, Blupa. Gefällt mir nicht, wenn ich hier nichts sehe. Hallo, Freunde. Bei, Freunde. So, hol mal das Item mit hier. Wow. Nein. Geh durch. Oh. Oh, das war knapp. Dritter Platz. Wunderbar. Plus 13 Punkte. Damit haben wir das letzte Rennen wieder ausgeglichen. Und mal schauen, wie wir uns im nächsten Rennen schlagen werden. im Yoshi-Tal geht's weiter mit neuen Fahrern. Und ein Franzose ist dazu gekommen. Der Lorenzo. ist doch eigentlich mehr so ein italienischer Name, oder? Lorenzo. Vielleicht hat er ja italienische Wurzeln. Man weiß es nicht. So, Freunde. Lass mich mal hier vorbei. Na, 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 na. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Fireflower hier. Die möchte ich nicht abkriegen. Habe ich auch nicht. Sehr gut. Shell. Erstmal zur Verteidigung nutzen. Bevor wir hier einen abknallen. Und dann selber irgendwas hinten drauf geknallt kriegen. Jawohl. Der hat mich nicht angepeilt. Auf nimmerwiedersehen, Yoshi. Und Yoshi hat aber meinen roten Panzer auch noch kaputt gemacht. Das war jetzt nicht so gut. Okay. Nächstes Item. Komm schon. Ja, Püper. Das ist nicht gut. Nix zum Verteidigen. Verdammt. Ich bin da angeeckt. Sieb da. Ihr spinnt wohl ein bisschen. Ach, da. Ich bin definitiv den falschen Weg gefahren. Wow, Stern. Oh, danke, dass du mich nicht gerammt hast. Dankeschön. Bye, Baby. Rosalina war das, glaube ich. Oh, Gott, nein. Nein, 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 nein. Ich wusste es. Böser Lucky 2. Das ist alles sehr, sehr dicht. Also, ich habe hier noch eine Chance. Oh. So, ich fahrts mal den da hinterher. Ja, gute Idee. Super Idee. Hätte ich es mal nicht gemacht. Hätte ich es mal nicht gemacht. Oh ja, der Weg könnte tatsächlich kürzer sein, wenn man natürlich nicht runterfällt. Ah, Mann, ey. Da war ich wieder so gut dabei. Und nu. Ja, nu. Bist du wieder am Arsch der Welt. Ganz hinten hier. Es gibt ja nur noch einen Platz dann. Wir sind ja nur neun. Ja, komm, 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 komm. Nein. Ah, ich kriege Baby Rosalina nicht mehr. Siebter Platz. Das gibt es doch nicht hier. Minus zwei. Mann, 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 Mann. Metal Mario im nächsten Rennen müssen wir mal gewinnen hier. Ja, es werden immer weniger. Mit nur noch sieben Fahrern geht's auf die königliche Rennpiste. So, mal schauen, was man hier ausrichten kann. Oh, da hat ein... Ja, danke, dass du ihn losgelassen hast. Kann ich auch ohne... Wow. Runter mit den grünen Panzern hier. Seht ihr? Ich lege meinen auch runter. Ich lasse den auch nicht los. Kommt schon der nächste hier angeflogen. Hm, nein, nun ja. Das ist mal wieder gut. Gut hier. Wow. Bin ich froh, dass ich den hinten dran hatte. So. Und der ist irgendwo kaputt gegangen. Oder er hatte was zum Abwehren. Ich weiß es nicht. Ja. Die Goombas getroffen hier. Komm jetzt. Ja, endlich. Der dritte trifft auch mal. Ein Stern. Den nehmen wir auch mal gleich. Falls hier jemand auf die Idee kommt, mir irgendwelche Panzer drauf zu schmeißen. Der Stern, der hält auch nicht mehr so lange, ne? Hinter mir bleiben. Nein. Nein, 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 nein. So. Da haben wir den Mexikaner vor uns. Ah, komm schon. Die sind sehr, sehr dicht beieinander hier. Ich schaff das ja noch. Na, was? Ey. Jawohl. Nein. Fahr doch in meinen Panzer rein. Und fährst du nicht in meinen Panzer rein. Verdammt. Fährt er jetzt hier? Das gibt's doch nicht. Nein. Das war jetzt nicht meiner, oder? War das meiner? Nicht wahr, oder? Du bist die ganze Zeit bis vorne mit dabei. Jetzt bin ich fünfter hier. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Jetzt gehe ich aber noch als fünfter durchs Ziel. Wieso passiert mir immer in der letzten Runde jedermöglicher Scheiß? Das gibt's nicht. Ja, plus null. Es gibt halt nichts dazu, aber auch nichts abgezogen. So, ein Rennen machen wir noch. Und da gibt's die Rache von Metal Mario. Und wir sind gerade mal noch drei Fahrer. Das lohnt sich. Ja, mega hier. Also, dritter Platz ist letzter Platz. Japaner, Mexikaner, Deutscher. Wer wird hier das Rennen machen? Wer wird gewinnen? Daisy, Metal Mario oder Donkey Kong? Ich bin gespannt. Geh mal hier rechts lang. Geh mal hin. Ich hab was zum Abwehren. Und ich hör hinter mir einen Panzer. Ja. Denkst du dir? Das hast du dir so gedacht. Ich sag aber gleich nochmal hier, was zum Abwehren. Sehr schön. Der Rote ist irgendwo hängen geblieben. Ich behalte jetzt auch nur mein... Der hat zu spät getroffen. Sonst hätte ich jetzt nicht ein Item gekriegt. Hat der jetzt noch einen Roten, hab ich ein Problem. Okay, ich seh noch keinen. Noch seh ich keinen. Aber seht ihr, wie leicht ich mir tue, wenn kaum Fahrer dabei sind, die mir 50.000 Panzer hinten draufschmeißen können. Seht ihr das? Meistens sind sie echt immer die Items, die mir die letzten Plätze einbringen, weil ich immer alles abkriege. Weil, wie gesagt, mein Karma in dem Spiel echt mies ist. Aber passt auch, jetzt ist die dritte Runde, jetzt passiert gleich wieder irgendwas Blödes. Oh, 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 ich seh Donkey Kong. So, Banane. Ich hab... Immerhin krieg ich immer was zum Blocken. Ist ja schon mal sehr, sehr gut. Ich hab' einen Panzer hinter mir. Oh! Das war knapp. Ja, genau. Der Panzer geht da lang, ich geh da lang. Ich glaub, da ist noch ein Panzer hinter mir. So, komm, jetzt lass bitte nicht zu mir schief gehen, komm. Sei so gnädig, Spiel. Sei so gnädig. Ah! Erster Platz! Könnt ihr mal sehen. Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Guck genau hin! Erster Platz! Nach was weiß ich wie vielen Parts. Endlich mal wieder! Freunde, ich bedanke mich fürs Zugucken und mal sehen, wie es im nächsten Part laufen wird. Bis dahin. Ciao! Auf Wiedersehen! Jungeammann! Untertitelung. BR 2018